einen wunderschönen guten bonjourno und herzlich willkommen zu einem weiteren duplo review wenn ihr mehr duplo sets sehen möchtet als review dann lasst doch gerne ein abo da dann verpasst ihr kein video und kein live stream hier auf diesem kanal heute möchte ich euch die nummer 10945 vorstellen das ist dieses hübsche set hier und zwar der müll laster und das recycling zentrum von lego duplo uvp preis 29 99 und interessanterweise weitestgehend lego exklusiv beziehungsweise nicht nur exklusiv sondern auch schon ausgelaufen das heißt also das set ist eigentlich schon vom markt und trotzdem nur bei sehr wenigen handelspartnern noch zu finden also ich habe meins von amazon bekommen das hat man in einem anderen video gesehen weil hier nämlich so ein hübscher versattaufkleber vorne dran war und ja da gab es das doch da gab es das noch und ich glaube die steiner helden haben es auch noch und noch so eine handvoll anderer müsste man nach suchen ist auf jeden fall ein sehr hübsches set und was genau drin ist gucken wir uns jetzt an so und nach nicht mal einer minute aufbauzeit ist das set auch schon fertig aufgebaut schauen wir uns die details an wir haben eine große duplo figur das ist dieser nette gentleman diese frisur und den bad kennen wir schon gab es im mehrfamilienhaus und auf dem bauernhof und überall diesmal allerdings hat er eine neue latzhose an bzw eine latzhose aufgedruckt mit einem hübschen recycling logo auf der brust das suggeriert dass er derjenige ist der den mülllaster fährt er hat einen hübschen besen in der hand und rückseite ist wie immer und funktionen der duplo figur ist ebenfalls wie immer kann sich hinsetzen kann die arme bewegen kann den kopf drehen stellen wir den mal beiseite dann gibt es noch ein kleines kind dazu ein junge würde ich mal sagen ja ist halt einfach da also auch hier wieder die die üblichen funktionen kann sich hinsetzen kann die arme bewegen wobei ich immer noch nicht so ganz genau weiß warum die der der zweite arm immer so mit geschliffen wird kann den kopf drehen und kann glücklich sein so dann kommen wir zum herzstück und zwar zu diesem hübschen lkw zu dem müll laster die vorderseite ist natürlich bedruckt sowie alles bei duplo bedruckt ist der innenraum ja okay da ist ein einzelner stein den ich beim zusammenbauen beinahe vergessen hätte aber auf diesem einen einzelnen stein kann dann der fahrer platz nehmen oder auch nicht weil sein schädel zu groß ist so moment wir probieren er kann sitzen alles klar so sieht zwar auch ein bisschen merkwürdig aussieht das auto mit den füßen steuern würde aber egal proportional gesehen so von vorne sieht es dann doch wieder sehr hübsch aus so dann hinten ist ein eine kippe drauf tatsächlich die auch funktioniert da unten ist extra hier dieses kippgelenk mit der kippe verbunden und hinten sind drei farbige steine die drei farbigen steine symbolisieren in dem fall die drei verschiedenen müllformen die es hier gibt und da kommen wir direkt zum nächsten punkt wir haben nämlich drei mülltonnen das sind diese hier in grün gelb und blau und in diesen mülltonnen finde ich ganz besonders witzig man kann den deckel öffnen geht relativ schwer tatsächlich und da drin ist ein müllsack in grün in gelb und natürlich auch in blau so demnach kann man hier ich weiß gar nicht passen die steine eigentlich da rein sie passen sogar sie an die steine passen also ebenfalls in den in die müllcontainer das ist schön wobei hier der farbton nicht ganz richtig ist aber schwamm drüber und man kann sogar dann glaube die noch oben drauf packen genau so dann sieht es ein bisschen aus wie bei uns momentan in den müllhäuschen nämlich komplett überflutet mit müll dazu kommt noch ein kleiner tisch mit dieser mit dieser holzmaserung platte oben drauf ich vermute mal dass die story dahinter halt ist dass dieser kleine junge halt hier so eine art recycling hof betreibt wo man dann seinen müll abgeben kann und er das dann entsprechend sortiert und recycelt und dann wird der müll abgeholt und zum recycling hof gefahren so die idee dahinter dieses setz finde ich so an sich eigentlich eine hübsche sache muss ich ganz ehrlich sagen also zum einen bin ich der meinung dass kinder nicht nur lernen können die farben richtig zuzuordnen also wir haben ja immerhin drei farben mit denen wir spielen können und ich denke auch dass es halt ein schönes spielerisches rangehen an das thema recycling ist wir könnten glaube ich auch moment ich muss das noch kurz ausprobieren ja um die tonnen ein bisschen zu stabilisieren könnte man sie auch darauf stellen weil wenn der deckel offen ist dann sieht man schon fällt es ein bisschen schnell um so ja wie gesagt ich finde es halt schön also sie können farben sortieren und sie werden spielerisch an das thema recycling angeführt was ich glaube wichtiger denn je ist heutzutage und ja mir gefällt es ich hoffe euch auch schreibt mir gerne eure meinung zu dem set in die kommentare würde mich freuen und bis zum nächsten mal tschau